Orange fährt nur die Müllabfuhr? Ja Bruder, da hast du recht, aber deswegen werden wir ihn ja hydro dippen. Und über die Farbe könnt ihr noch abstimmen, aber Leute, ich brauche jetzt eure Hilfe. Ich habe mir gedacht, das kann jetzt nicht einfach das Ende sein, ich kann euch jetzt nicht einfach hängen lassen und das Teil einfach so als fertig lassen. Und dann so habe ich mir gedacht, okay, wir zerlegen die Bude jetzt mal komplett. Ich hatte ja schon viele Mopeds, aber mehr so in die Richtung Puch-Maxi oder Derby-Sender. Aber ich hatte noch nie einen Roller und noch nie einen Viertakt-Roller mit so einem Kinamotor. Und bei Zweitaktern habe ich schon viele Teile verbaut, aber bei Viertaktern, keine Ahnung, da habe ich auch nicht viele Teile dafür gefunden. Aber da habe ich so eine absolut krasse Seite gefunden. Die sind auch hier auf TikTok und die heißen Scooter-Attack. Vielleicht könnt ihr mir helfen und die unten in den Kommentaren markieren. Vielleicht können die mal sagen, was am meisten Sinn macht, was wir verbauen sollen, welches Zylinder-Kit etc. etc. Oder vielleicht haben die sogar Bock an dem Projekt mitzuwirken. Auf jeden Fall, der Scooter wird so ein Community-Projekt. Und ja, meiner Freundin kaufe ich dann halt einen anderen Scooter. Auf jeden Fall, ich habe Bock drauf. Und ihr?